Heute ist es endlich soweit, wir beantworten eine der wahrscheinlich meistgestellten Fragen in der ganzen The Walking Dead Community und beenden gleichzeitig das von mir angefangene The Walking Dead Character Clash 16er Turnier. Heute geht's nämlich ins Finale von The Walking Dead Character Clash, Rick vs. Daryl. Und was da bei sich herausstellt und welche Kategorien ich jetzt hier wirklich alle effektiv mit reingenommen habe, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Und deswegen heiße ich euch jetzt direkt mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Ja, es ist schon wirklich jetzt ein bisschen her, dass ich dieses Projekt hier angefangen habe und zwischen der letzten Folge und dieser Folge sind auch ein paar Tage vergangen. Lag einfach daran, ich hatte ein paar andere Videos, die ich vorher noch raushauen wollte und vor allem fehlte mir irgendwie dieses gewisse etwas an Idee, welches wir jetzt hier noch mit reinbringen können, um diese zwei Charaktere miteinander zu vergleichen. Erstmal, nein, ihr habt kein Video verpasst, beziehungsweise keine zwei Videos. Ich hab einfach mal den Clash Daryl vs. Ezekiel und Rick vs. Alden einfach mal geskippt, weil, sind wir mal ganz ehrlich, Ezekiel ist cool, Alden hat auch seine Vor- und Nachteile, aber Rick und Daryl hätten diese jeweils beide einfach komplett fertig gemacht. Deswegen haben wir das einfach mal geskippt, weil ich das Projekt hier auch relativ zeitnah jetzt mal beenden wollte, um mal die nächste Staffel anzufangen, nenne ich es mal. Dazu komme ich gleich auch noch drauf zu sprechen. Naja, wie gesagt, dementsprechend geht es heute um Rick vs. Daryl, die quasi die Gesichter von The Walking Dead, die zwei Hauptgesichter von The Walking Dead. Und, äh, ja, ich denke, das wird ein spannender Clash. Ich sag mal so, ich kenn ja meinen Skript und ich hab ja auch schon recherchiert und ich bin ganz ehrlich, ich war vom Ergebnis überrascht. Zumindest von dem faktischen Ergebnis, das 1 vs. 1, das, äh, ja, lässt sich ja dann nochmal spontan, sag ich mal, äh, entfalten, würde ich mal so bezeichnen. So, aber ich will das Video jetzt nicht unnötig lange strecken, deswegen starten wir direkt rein und starten mit der ersten Kategorie. Und zwar Anzahl an Folgen. Hierbei geht es wirklich nur um Folgen, in denen der Charakter zu sehen war, gleichzeitig aber auch gesprochen hat, denn es gibt auch viele Folgen, wo man den Charakter vielleicht nur sieht oder nur die Stimme hört oder irgendwas so dazwischen oder eine Erwähnung, das wird auch manchmal aufgelistet, aber wirklich so effektiv Brechtext und halt gesehen. Dabei kommen wir beim guten Rick auf exakt 107 Folgen, in denen wir ihn quasi gesehen haben und ich muss sagen, das wirkte wirklich, ich hatte auch schon im letzten Video, wo ich das quasi erwähnt habe, aber ich habe auch schon gesagt, dass ich das sehr, sehr wenig fand. Man muss halt auch bedenken, er ist halt eine ganze Staffel oder sagen wir mal anderthalb Staffeln, zweieinhalb Staffeln sogar, what the fuck, einfach nicht zu sehen gewesen. Er war halt nicht da. Dementsprechend, Spoiler Alert, hat Daryl hier mehr und zwar Daryl kommt auf ganze 138 Episoden. Ist halt jetzt nicht krass effektiv, also wirklich heftig viel, finde ich, aber man merkt halt schon, jo, nachdem Rick verschwunden ist, ist Daryl so ein bisschen in den Vordergrund rückt. Vor allem quasi die ganze Story zwischen Daryl und hier, wie hieß es nochmal, komische, die nachher da bei den Reapern war, wie ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall, da war ja sehr viel Daryl Screen Time und deswegen kam er da auf die Folgen. Dementsprechend geht hier der Punkt an Daryl. Kommen wir zur nächsten Kategorie, die guten alten Zombie- bzw. Walker-Kills. Hier haben wir ja schon mal drüber geredet, es zählen keine großen Horden, sondern wirklich nur effektive einzelne Kills. Bedeutet, die Horde, die zum Beispiel Rick und Michonne mit dem Drahtseil-Akten nicht mal gekillt haben, die zählen jetzt hier nicht mit rein und somit kommt der gut Rick hier an dieser Stelle auf 529 Zombie-Kills. Wie gesagt, ohne die Riesenhorde, mit der Horde wären wir weit bei 1000 und mehr. Aber ja, 529 Zombie-Kills, das ist schon was, das ist schon eine Zahl, die muss man auch erstmal erreichen, finde ich. Vor allem, weil er effektiv weniger Episoden da war als Daryl. Denn der hat wirklich onscreen so zwischen 350 und 360 Walker getötet. Wird auch hier wieder nicht mit reingerechnet, die großen Horden, die er erledigt hat, zum Beispiel auch nicht reingerechnet, wird hier die große Zombie-Horde am Ende von Staffel 11, die sie ja quasi da in die Luft sprengen, weil das ist ja nicht sein eigener Kill, aber schon war er beteiligt, aber irgendwie halt auch nicht und ihr versteht, was ich meine. Dementsprechend hat Rick hier in kürzerer Zeit mehr Kills gemacht als der gute Daryl und dementsprechend geht auch jeder Punkt auf Ricks Konto und es steht 1-1. Kommen wir zur dritten Kategorie und das sind die Menschen-Kills. Hier hatten wir uns ja drauf geeinigt, dass mehr gleich besser ist, weil es ja meistens daran liegt, dass halt die Menschen eher böse in The Walking Dead sind. Und hier wird es schon wieder sehr interessant, denn laut im unendlich weiten Internet, deswegen hier auch diese Angaben sehr, 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 sehr ohne Gewehr, wirklich sind sehr, sehr minimalistisch gehalten, sag ich mal. In dem Fall hat der gute Rick zwischen 50 und 60 Leuten getötet. So, ist eine Spanne von 10 Leuten, wo man, sag ich mal, Spiel drin hat. Jetzt sagt uns aber das Internet, der gute Daryl hat zwischen 53 und 60 Leuten getötet. Ja, puh, das ist jetzt so die Frage. Irgendwie fühlt es sich für mich schon so an, wenn wir sagen, wie geht vom maximalen aus, haben beide 60 Leute getötet. Fühlt sich in dem Fall richtig an, beiden einen Punkt zu geben dafür. Der andere Seite hat halt Daryl theoretisch im Fall der wenigeren Kills drei Leute mehr getötet. Aber ich gehe, glaube ich, einfach mal vom optimalen aus, bedeutet wirklich vom höchsten Kill-Count und da kommen beide, wie gesagt, laut Internet, ich habe nicht jede einzelne Folge jetzt geguckt und gezählt, auf um die 60 Kills. Dementsprechend würde ich jetzt hier einfach mal zugunsten der Spannung beiden einen Punkt geben und dementsprechend steht es, naja, 2-2. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, das Überleben in der Zombie-Apokalypse. Hier geht es tatsächlich zum einen daran, wie viele Jahre haben sie überlebt und wie alt sind sie dabei geworden. Natürlich muss man jetzt einfach hier sagen, haben beide komplett überlebt, die 12 bis 13 Jahre, den Punkt haben quasi schon mal beide. Aber jetzt kommt es aus dem Punkt der Alterssicht und hier ist es wirklich sehr, sehr schwierig rauszufinden, weil das Internet keine 100% Angaben dazu gibt. Auf der einen Seite steht, dass Rick zwischen 35 und 40 war, als die Apokalypse ausgebrochen wurde. Aber in manchen Beiträgen steht auch, dass er gerade Anfang 40 war, bedeutet 40, 42, 43, so nach dem Motto. Das ist jetzt halt die Frage, da gab es wirklich unfassbar schlechte Angaben zu Rick, vor allem, weil Daryl wird angegeben mit 40 Anfang 40. Dementsprechend würde es bedeuten, er war älter als Rick, als die Apokalypse gestartet ist und dementsprechend würde der Punkt an Daryl gehen. Ich persönlich finde aber, da das Internet hier wirklich eine unfassbar schlechte Angabe des Alters macht und vieles der Alter nur geschätzt sind, gehen wir einfach morgen aus, beide sind Anfang 40 gewesen und beide haben 12 bis 13 Jahre überlebt. Es könnte man natürlich sagen, Rick ist zwischenzeitlich mal verschwunden und dementsprechend quasi wäre er wie tot behandelt worden. Aber ich würde auch hier einfach sagen, geben wir beide den Punkt, weil auch hier einfach die Daten des Internettes nicht genau genug sind. Ich habe wirklich so viel nachgesucht, vor allem für die letzten Videos davor auch schon, wie alt die wirklich sind und es gibt keine hundertprozentige Antwort. Regt mich auch auf. Also wenn es einer von euch weiß, bitte jetzt gerne in die Kommentare schreiben, wie alt sind die wirklich am Anfang der Apokalypse gewesen, beziehungsweise am Ende, weil dann kann man einfach 12 bis 13 Jahre zurückrechnen und kommt aufs Ergebnis. Deswegen hier auch einfach, jeder kriegt einen Punkt, weil es halt sonst nicht fair gewesen wäre. Dementsprechend steht es nun 3 zu 3. Kommen wir nun zur letzten Kategorie vor dem 1 vs. 1, die ich jetzt einfach spontan eingefügt habe, weil es für mich ein großer ausschlaggebender Punkt war, wer hier am Ende gewinnt. Und der hat mich auch sehr, sehr geschockt. Und zwar sind das die Google-Suchergebnisse. Hier habe ich einfach mal nachgeschaut, wie oft nach den beiden gesucht wurde, beziehungsweise wie viel Einträge es zu beiden Charakteren gibt. Und hier muss man natürlich sagen, werden da ja alle Fanpages aufgezeigt, auf Facebook, Instagram, Twitter, was weiß ich. Und daran würde ich jetzt einfach mal anhand dieser Zahlen, würde ich einfach mal analysieren, dass der eine Charakter halt mehr gesucht, beziehungsweise im Internet vertreten ist, als halt der andere. Gut, beim guten Rick kommen wir auf 17.700.000 Suchergebnisse auf Google. Das ist schon eine Menge. Und ich habe gedacht, okay, das zu toppen ist schon wirklich schwer. Aber dann habe ich Daryl Dixon gegoogelt und da kamen wir auf tatsächlich 27.800.000. Gut, man muss einfach zu diesem Zeitpunkt sagen, Daryl Dixon-Serie ist gerade voll im Gange. Und ich gehe davon aus, dass deswegen gerade wirklich sehr viel um Daryl Dixon, sich alles um Daryl Dixon dreht, so. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, Daryl war schon wirklich immer eigentlich der Fanliebling. Es gab zwar viele Leute, die sagen, ja, Rick ist der krasseste Motherfucker, Rick ist der heftigste. Aber Daryl hat dann doch schon eher die Fangirls auf der Seite, habe ich das Gefühl. Also Fangirls in Anführungsstrichen jetzt mal. Was mich halt sehr schockiert hat, weil ich eigentlich eher so Team Rick bin und das schon sehr faszinierend fand. Aber wir gehen hier auf diesen Google-Ergebnissen einfach mal von aus. Wie gesagt, da wird ja alles mit eingerechnet. Jede Fanpage, jeder Artikel, der im Internet geschrieben wurde, geht ja damit, wird einberechnet. Und da liegt Daryl halt wirklich weit vorne. Wären es jetzt nur so ein paar Hunderttausend oder gerade mal eine Million oder so, hätte ich auch mal gesagt, okay. Aber so hat Daryl definitiv den Punkt verdient und dementsprechend steht es 3 zu 4 oder besser gesagt 4 zu 3 für Daryl Dixon. Aber dieses Ergebnis, wie die meisten von euch wissen, hat gar nichts zu sagen, denn es kommt ja noch zum großen 1 gegen 1 Charakter Clash. Und für alle, die sich nicht daran erinnern können oder die neu dazugekommen sind, in diesem 1 zu 1 gehen wir davon aus, beide Charaktere befinden sich auf einer neutralen Ebene, einer großen grüne Wiese mit ein bisschen Wald drum, ähnlich wie bei Hunger Games. Keiner kennt das Gebiet, keiner hat es je gesehen, keiner hat Vorteile und auch jeder hat die gleichen Nachteile. Beide Charaktere sind in ihrem Peak, bedeutet wirklich in ihrer höchsten Ausgabe, die dieser Charakter je vertreten wurde. Bedeutet im Falle zum Beispiel bei Rick Staffel 4, 5 Rick einfach kranker Badass. Und bei Daryl würde ich mal sagen Staffel 7, 8, 9, so um den Dreh, halt wirklich das Krasseste. Wie sie am heftigsten waren, wie sie die besten Entscheidungen getroffen haben, wie sie am brutalsten waren, wie sie am krassesten waren, ja. Und aufgesplittet wird dieses 1 zu 1 in drei Kategorien. Wir haben zum einmal den Nahkampf ohne Waffen, reiner Faustkampf. Den Nahkampf mit Waffen, bedeutet Messer, Schwerter, Macheten, Sperre, was weiß ich. Und zu guter Letzt den Fernkampf mit allen möglichen Schusswaffen, Fernkampfwaffen, in dem Fall natürlich auch Daryls Armbrot. Und wir jumpen in den ersten Kampf rein und das ist der Faustkampf. Hier finde ich zum einen müssen wir sagen, beide Charaktere sind wirklich sehr, sehr gut auf einem ähnlichen Level. Man muss sagen, Rick hat durch seine Ausbildung als Sheriff und als Polizist selbst so einfach ein bisschen mehr Erfahrung. Er weiß, wie man manche Taktiken anwendet, ob es jetzt der Schwitzkasten ist, alles mögliche. Wir wissen aus Staffel 1 und späteren Staffeln, wie oft und welche Taktiken er als Nahkämpfer anwendet. Aber Daryl auf der anderen Seite ist auch ein kranker Überlebenskünstler und hat auch sehr, sehr krasse Kampfskills. Und wir haben ja auch im späteren Verlauf, vor allem kurz vor Rigs Verschwinden, sag ich mal, öfter mal gesehen, wie er gegen Daryl kämpft. Ich bin der Meinung, es ist erstmal ein wirklich sehr, sehr ausgeglichener Kampf. Aber da wir hier auch vom brutalen, krassen Rick motherfucking Grimes ausgehen, würde ich sagen, sein Brutalitätslevel ist um einiges höher als das von Daryl. Daryl ist zwar auch ein krass heftiger Schläger, also jemand, der gut schlagen kann. Aber ich glaube, Rick ist in dem Fall einfach im Nahkampf unbesiegbar. Fakt. Dementsprechend geht der erste Punkt an Rick. Ähnliches Szenario, würde ich sagen, im Nahkampf. Aber hier muss man sagen, Ricks Nahkampfwaffen, die wir so kennen, sind allerhöchstens sein Beil und sein Machete halt mit dem roten Griff. Krank brutale Szenen, die damit entstanden sind. Rick rasiert mit den Dingen einfach heftigst. Aber Daryl, vor allem im späteren Verlauf mit seinen zwei kranken Riesenmessern, hat uns halt auch gezeigt, wie gut er damit umgehen kann. Und dementsprechend würde ich sagen, wir geben Rick entweder sein Beil oder die Machete oder beides. Und Daryl allein mit diesen Messern, ich würde sagen, in dem Fall würde Daryl gewinnen, weil er in dem Fall mit den Dingern einfach wesentlich länger gelernt hat umzugehen. Er hat die Dinger ja wirklich lang benutzt. Rick hat einfach so, ja ich nehme jetzt die Axt und benutze sie und ich nehme jetzt die Machete und ich benutze sie einfach. Daryl hat damit aber schon wirklich viel Kampferfahrung gesammelt, allgemein viele Erfahrungen mit dem Umgang damit gesammelt. Und auch durch seine, sag ich mal, Wildnisverbundenheit, wird er auch früher als Kind schon viel mit Messern rumrentiert haben. Dementsprechend würde ich sagen, geben wir dem Punkt, dem lieben Daryl, weil er glaube ich, trotz der hohen Brutalität von Rick, definitiv vier die Überhand gewinnen würde. Einfach, wie gesagt, weil er dieses Training, ich nenne es einfach Training, mit diesen Messern einfach länger machen konnte. Als Rick zu seiner Prime. Und somit steht es jetzt mal 1 zu 1 und dementsprechend wird es jetzt wirklich das Finale des Finales. Entweder kriegt jetzt Rick den Punkt und es steht quasi 4-4 oder Daryl bekommt hier den Punkt und es steht 5 zu 3. Ja, und ich bin ganz ehrlich, Fernkampfwaffen, Schusswaffen, finde ich, ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Daryl mit seiner Arnbrust unbesiegbar. Fakt, vor allem, wenn er den Überraschungsmoment hat. Einfach krank. Keine Frage, einer der besten Armbrustschützen in der ganzen Serie. Rick hingegen kann aber auch sehr gut mit Schusswaffen umgehen. Ob es jetzt mit seinem Revolver ist, ob es jetzt mit einer MP5 ist, ob es mit einem Scharfschützengewehr ist. Mit was für Waffen, er kann damit sehr gut umgehen. Gerade weil er eine Ausbildung als Polizist genossen hat. Und es ist wirklich schwer, vor allem, wenn wir uns vor Augen halten, dass in dem Punkt wirklich jetzt Rick mit Schusswaffen und Daryl halt mit einer Armbrust antreten würde. Ist halt die Frage, wie würde es ausgehen? Denn Daryl würde darauf setzen, sich irgendwie anzuschleichen, die Natur zu seinem Vorteil zu nutzen und Rick zu überraschen. Ricks Prime sieht in dem Fall einfach so aus. Er würde einfach reinrushen, würde versuchen, die alles und jeden niederzuballern, was quasi nur so geht. Und dementsprechend muss ich sagen, ist das hier wirklich ein schwerer Punkt. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ja wirklich hauptsächlich, also ich bin ein größerer Fan von Rick als von Daryl. Keine Frage, Daryl, auch ein Hammercharakter. Bei mir auch weit oben auf der Liste. Apropos Liste, ich habe mal ein Video zu meinen Top-Listen an Charakteren gemacht. Könnt ihr euch gerne mal angucken, wenn ihr jetzt hier so, schon gerade hier so sitzt. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, es ist schwierig, weil ich will jetzt keinen Sympathiepunkt an Rick geben, dass es noch zu einem Unentschieden kommt. Aber ich will auch nicht sagen, dass Daryl mit einer Armbrust gegen Rick und seine Waffen ankommen würde. Natürlich könnte man jetzt auch Daryl Schusswaffen in die Hand geben. Und damit geht er auch verdammt gut um. Keine Frage, Daryl ist auch schusswaffenmäßig übel gut am Start. Aber es ist ein unfassbar schwerer Kampf, finde ich. Schusswaffen ist wirklich super schwer. Und ich denke, ich würde hier wirklich einfach auf den Umweltfaktor eingehen, dass sich Daryl quasi wirklich versucht, zurückzuhalten und anzuschleichen, um den Überraschungsmoment zu nutzen. Und Rick im Prinzip, da er halt in seinem Blutrausch-Vibe ist, nenne ich es mal, er halt wirklich einfach reingehen würde und einfach brutal das alles erledigen würde. Und dementsprechend wird er dadurch quasi einen Minuspunkt bekommen. Und Daryl wird den Vorteil gewinnen und dementsprechend gewinnen. Und ja, wie gesagt, ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, ob ich mit diesem Ergebnis zufrieden bin. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ziemlich schwierig. Ich würde tatsächlich einfach mal so sagen, ich gebe Daryl jetzt den Punkt und küre ihn damit zum Sieger dieses Battles. Er bekommt den zweiten Punkt im 1 vs. 1, gewinnt dadurch das 1 vs. 1 und bekommt den 1 vs. 1 Punkt. Dementsprechend steht es 5 zu 3 für Daryl. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch, lieber Daryl. Bist auch ein guter Charakter, keine Frage. Aber ich lasse euch jetzt auch nochmal mitentscheiden. Hättet ihr ehrlich gehandelt? Hättet ihr es jetzt auch so gemacht? Weil ich bin mir echt da sehr, sehr unentschlossen. Muss ich wirklich ganz ehrlich gestehen. Ich gebe jetzt Daryl den Punkt. Kyrien damit zum Sieger. Herzlich Willkommen. Du bekommst hier deine Krone aufgesetzt. GG, alles Gute und so. Aber hundertprozentig dahinter stehen tue ich irgendwie nicht so ganz, weil es wirklich sehr, 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 sehr knapp ist. Und deswegen bitte ich euch, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Wenn genug Leute sagen, nee, 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 Rick würde gewinnen. Oder zumindest unentschieden, also einen Ausgleich holen. Und dann werde ich vielleicht meine Ansicht, sag ich mal, überdenken und einfach beide aufs Siegertreppchen stellen. Ist ja auch möglich. Das ist mein Kanal. Das ist eure Meinung, meine Meinung. Und das kann man einfach mal machen. Nichtsdestotrotz sind wir hiermit durch mit dem Charakter-Clash von The Walking Dead. Erstmal vorerst Glückwunsch, Daryl. War aber auch eigentlich klar, dass Daryl und Rick in dem Fall Kopf-an-Kopf-Rennen haben werden. Sind wir mal ganz ehrlich. Es war eigentlich abzusehen. Sagen wir es mal so. So, und jetzt kommt es kurz zu dem anderen Punkt. Und zwar habe ich euch ja im gestrigen Video schon gefragt, was ihr eher wollt. Eher Fear the Walking Dead-Charakter-Clash oder weiteren The Walking Dead-Charakter-Clash. Bis jetzt ist die Meinung sehr, sehr stark auf der Fear the Walking Dead-Seite. Ich gebe trotzdem nochmal die Chance, hier in dem Video vielleicht auch mal Leute aufzurufen. Was ist eure Meinung? Fear the Walking Dead oder The Walking Dead-Charakter-Clash? Was als nächstes? Ich habe auch schon gehört, Fear the Walking Dead gegen The Walking Dead-Charaktere. Definitiv wird das auch mal kommen. Fuck. Aber ich stelle das mal ein bisschen hinten an. Ich will jetzt erst einmal, wenn dann Fear the Walking Dead-Charakter-Clash durchgehen. Und dann Staffel 3, dann quasi das andere. Wie gesagt, nichtsdestotrotz. Gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren. Gerne eure Meinung zum Ergebnis des Charakter-Clashes. Und noch liebend gerne, äh, weiß ich nicht. Äh, ja. Eure Meinung zum... Ich weiß nicht, was ich hier gerade sagen wollte. Keine Ahnung. Ich möchte das Video jetzt nicht länger strecken. Leute, falls euch diese Art von Videos gefällt, ich verlinke hier auf jeden Fall mal die ganze Playlist von Character-Clash, aber auch mal ein paar andere Videos. Wenn euch was über Filme, Serien, Theorien hinter diesen Fun-Fact, Reactions, Reviews oder halt sehr viel The Walking Dead-Content gefällt, checkt den Kanal gerne aus. Hier gibt es alles das drumherum. Erstmal noch an der Stelle kurz mal vielen Dank für 700 Abonnenten. Wir sehen uns, glaube ich, schon ein bisschen über den 700 Abonnenten. Holy Shit. Hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte es mir schon gedacht, aber krass. Ich muss einfach nochmal sagen, ich finde es so geil, wie dieser Kanal einfach hier immer weiter wächst. Es macht so viel Spaß hier dran. Und ja, deswegen nochmal vielen Dank an der Stelle. Nichtsdestotrotz hoffe ich, euch hat das Video jetzt erstmal gefallen. Wie gesagt, checkt den Kanal gerne aus und lasst auch gerne ein Abo da. Würde mich natürlich freuen. Aber jetzt sind wir wirklich am Ende angelangt. Ich würde mich freuen, euch im nächsten Video wiederzusehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.